ach so ich bin jetzt ich habe schon gelesen ich meine ich könnte sie ja von herzen gehen aber wir wissen ja beides hat man ja damals schon das affiliate nicht mehr viel wert ist du bist jetzt halt du bist jetzt exklusiv halt für wenn es angenommen was exklusiv nur für twitch content ja beim blauen markt naja ich bin ja hier vorne weil ich habe jetzt in den tom geguckt weil jemand hatte tom gesagt ist gerade reingegangen hier unten ist unten drin ja vorsicht kriegt man da durch das kleine fenster eine granatenkranade durchgeschmissen kann man ja so bloß der einzigste eingang hat die granate rein und molly ist vor der tür soll ich rein kommst du von vorne naja ich sag jetzt nichts dazu das war schon sehr verdächtig ich kam nämlich zum fenster rein der lacht da und hat komplett der hat sich nicht bewegt gar nicht hat nur komisch geguckt so ok da hat grüne waffen ja die waffen die sind zwar gut aber ich will die nicht die sind zwar grün aber wuuh naja nimm du die mit ja nö ich hab meine waffen die ich hab nichts anderes zweierlich noch drin echt? zweierfach ja ah hier ok cool jetzt nicht mehr kriegspaket liegt hier unten irgendwo naja doch hier vorne liegt auch noch so ein bau ding hier ja wo wollen wir denn jetzt hin? ja ich geh grad schon um Kriegspaket ja ich hab ja irgendwie so das gefühl der da unten wusste schon dass wir zu dritt kommen deswegen hat er einen auf Schildkröte gemacht ja kann ja sagen dass wir seine mate vorher abgeschossen haben hab noch ein Dingschieber sag schon ein vierer und noch mal eine Aja-Kombi würde ich auch noch mal nehmen wenn ich ne ich bräuchte noch für meine mp5 bräuchte ich noch ein bräuchte ich nur ein zweier aber ein großes bräuch ich jetzt eigentlich auch nicht wirklich fixpaket gelandet ich muss mir die ganzen Kapseln nehmen ha 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 ich versuch's doch raus denn da ist bei mir jo oh geil zählt ne Kau und läuft den Kompi hast du dir genommen? alles klar ja so ich bin erstmal raus weil ich werd erstmal was essen jo lasst dir schmecken hey warte mal hier komm mal hier komm mal zurück komm mal zurück ich hab was für dich da hab ich schon ich weiß nicht ob ihr hier vorne kraftwerfen hey meine Nuke ist fertig ruhe 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 ja ich helf ja da war nix hier mit die Scheiben ich hasse das freier Weste hier drüben wenn noch jemand einnimmt auch und jetzt schreibt mir mein Kollege na ich bräuchte noch einen gescheiten Helm falls du einen siehst ist das jetzt euer Rezeption wieder oder? ja ich glaube geh ich einfach mal davon aus jetzt da trammelt aber nicht so rum da oben da trammelt aber nicht so rum da oben bisschen ein Stück weiter was bringt eigentlich dieser Verstärkung? ähm was Verstärkung? hier auf dem Scharfschützen das was du auf der 3 hast mhm ja alles so komisch langsam achso äh ja da kannst du halt jetzt kannst du glücklich so ne warte mal das will.. ne das will ich jetzt nicht hab ich glücklich auch noch nie noch nie benutzt wenn man bloß die so komische Rakete da genommen oh da hinten da hinten ein Gegner? ja Gegner gesehen ja also manchmal sitzen die Pink's doch irgendwie nicht so ich glaub die nehmen das Haus dort ein äh von links weiß ich nicht ob das für mich noch alles äh einer ist hier hinten da hier ich hab ja gesehen da sind zwei auf jeden Fall schon ja ja vielleicht noch einer im Schuppen drin einer läuft auf mich zu ich könnte schießen na dann ich hab Abmode oder ja rechts dann ja der ist jetzt in den Schuppen wieder einer rechts und einer links sind zwei oh ouch oh 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 ahhh ah ich wurde nicht gebrochen leg dich hin eh hey mein die ist aber auch wenn ihr mir jetzt sagen könnt wo die sind kann ich mein die drauf jagen immer noch dort beim Schuppen da Markierung halt oh hinter uns down down wo sind die kannst du mich kurz hoch holen ja ich kann auch nicht ich wurde hier vorne getroffen ja jetzt kommen die vom vom Schuppen noch ja von hinten kommen sie hoch ja die von hinten sind wichtiger ach so oh also hier vorne hier vorne hinter dir ne die schießen auf dich mhm sie sehen mich hier hä man aah ich bin tot nein 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 oh was leck mich leck mich und ey du könntest uns aber noch wiederholen ja warte mal hier sind irgendwie auch einer nice der war jetzt direkt geschoben oder? Einzelschusssalve erhalt defensives Zielen erhalten wow alter das war wahrscheinlich ne Rakete hä ah zack doch da ist noch einer alter Schwede 4-3 Quills geht zwei zwei drei vier 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 vier